Herzlich Willkommen Leute zu meinem neuen Projekt und zwar ist das Kengo. Ja Kengo ist ein Playstation 2 Spiel und zwar ein Schwertkampfspiel. Es geht um japanischen Schwertkampf und ich habe echt noch kein Let's Play auf YouTube dazu gefunden. Was mich ein bisschen wundert, weil das Spiel ist zwar nicht so bekannt, aber doch wirklich gut. Ich habe es früher wirklich oft gespielt. Und daher wollen wir das jetzt mal anzocken, die Vorschau wirklich mal abgerade, ist nicht so wichtig. Wir starten einfach mal ein neues Spiel jetzt und zwar den Singleplayer und klicken wir gleich mal auf New Game. So hier können wir uns jetzt einen Charakter auswählen. Wir haben drei zur Auswahl, ich gucke mal eben. Schnelle Bewegungen und Kombos. Äh, relativ hohe Abilities. Ah, durchweg, also, ne. Und der hat, Moment. Hohe, hohe Attackiergeschwindigkeit und, äh, starke Angriffe. Hm. Ich denke, ich werde den nehmen, aber rein vom Äußeren her. Also nicht wegen den Abilities oder so. Oder den. Ne, komm, ich nehme den jetzt, ist auch egal. So. So, jetzt können wir uns, äh, unser Dojo auswählen. Und zwar, also quasi unsere Schule. Hier haben wir das, äh, Muya, die Muya-Schule. Ja, ich kann, so gut bin ich nicht im Englisch. Steht jetzt, versuch mal so in etwa zu übersetzen. Also kombinierte Techniken und viele Formen haben die halt, die Muya-Schule. Gucken wir mal weiter. Die Sui-Getsu-Schule. Blablabla, mal eben gucken, durchlesen. Okay, so balancierte Techniken mit ein bisschen Stärke drin. Ja, hier können wir uns halt jetzt eine Schule aussuchen. Kyo-Shin-Schule, äh, schnelle Kombinationen. Muya-Schule. Äh, auch schnelle Kombinationen und, äh, spezialisiert auf einhändige Attacken. Die Muya-Schule. Ja, Cunning Tactics and Trust Technics. Äh, ich glaube, das sind so Durchstoß-Attacken. Also nicht so draufhauen, sondern eher so durchstoßen. So, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Und Uda-Gawa-Dojo. Äh, Ishin-Schule. Gucken. Okay, ja, auch irgendwie so starke Attacken. Weiter, okay, noch eine. Kumo-Mushin-Schule. Blablabla. Okay, mit Shira stärker. Das ist wirklich so die Hau-drauf-Schule. Denke ich. Die nur auf Kraft setzt. Gefällt mir nicht so. Okay, na, da waren wir gerade. Da geht's weiter. Die Fudo-Schule. Okay, die bevorzugen, ähm, große, schwere Schwerter, die mit fast einem Schlag töten können. Also, ja, wahrscheinlich dafür eher sehr langsam, kann ich mir vorstellen. Da geht's weiter. Ja, und da sind wir wieder bei Ersten. Ja, ich muss mir jetzt ein Dojo auswählen, wo ich halt ausgebildet werden möchte. Und ich glaub, ich nehm hier... Die hört sich ganz gut an. Lightning-Fast-Combination. Also sehr, sehr schnell nehm ich die, glaub ich mal. Die Kirsch-Schule. So, die haben wir eben ausgewählt. Intro. Die Kirsch-Schule. Das war's für heute. Ach, ich liebe Japanisch, das hört sich immer so episch an irgendwie, deswegen gucke ich wahrscheinlich auch gerne Animes. So, genau, unser erster Kampf, natürlich mit Holzschwertern, und wir, den Kampf können wir nicht gewinnen, wir kämpfen quasi direkt gegen unseren Meister, und wir können es ein paar Mal draufhauen, ein bisschen blocken, aber wir haben keine Chance gegen den. Nein, der Kampf quasi soll einfach nur zeigen, wie schlecht wir sind, wie untrainiert, und dass wir halt noch einen langen Weg zu gehen haben in der Kampfkunst, deswegen lasse ich mich jetzt mal von diesem hier verprügeln, da macht er uns schon fertig mit seinem Special Move, okay, ich habe auch ein paar Mal getroffen, und wir haben verloren, ja, diesen Kampf kann man wirklich nicht gewinnen. So, er hat uns jetzt gezeigt, wer der Chef ist. So, das ist unser Haus, Heim, wie auch immer, und hier haben wir jetzt ein paar Möglichkeiten, und zwar unseren Status können wir angucken, hier steht halt Attack Power, Attack Speed, ne, Agility ist Beweglichkeit, die anderen beiden, keine Ahnung, ich glaube, wie schnell sich das Key auflädt oder so, Form, keine Ahnung, ja, Moves 4%, da steht, wie viele Moves man erlernt hat, weil das ist halt interessant dann im Spiel, man kann nachher seine eigenen Kombos bauen, aus den Moves, werde ich nachher natürlich noch erklären, im Moment steht uns diese Option leider nicht zur Verfügung. Ja, und da unten unser Schwert, Moomey, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich glaube aber schon, da wird im Moment, glaube ich, nur ein Schwert. Und halt, durch Kämpfe können wir unsere Attack Power und alles, bekommen wir immer sozusagen Erfahrung, und können die dann hochleveln, bis maximal 1000. So, aber dieses 1000 ist nicht fest, sondern wir können dieses Maximallevel auch noch durch Training verbessern, also dass wir zum Beispiel im Endeffekt 1100 haben, werde ich nachher noch zeigen. So, was gibt es hier noch? Form, damit können wir unsere Kombos bauen, zeige ich nachher, unser Schwert haben wir im Moment nur eines. So, ich bin mal zurück. Sleep ist für, ähm, zum Speichern, aber da ich auf dem Emulator spiele, ganz legal, äh, äh, angemerkt, weil ich das Spiel ja besitze. Und, äh, ja, da ich keine Memory Card brauche, mache ich das über Safe State. So, in Dojo, da geht es halt mit der Story weiter. Wir sind jetzt beim ersten Tag, und wir betreten jetzt mal das Dojo und lassen uns ausbilden. Striking lesson. Mal kurz lesen. Blablabla. Okay, hier lernen wir halt, wie wir einen Gegner angreifen. Die machen wir jetzt mal, die Lektion. Genau, da oben rechts sieht man, wir müssen jetzt fünfmal erfolgreich angreifen. Das sollte jetzt nicht so ein Problem sein. Okay, er hat geblockt. Eins, zwei. Ja, man sieht, wir sind im Moment noch sehr langsam. Alles mit dem Holzschwert, und wir haben es geschafft. Das war jetzt nicht besonders schwer. So, dann gehen wir gleich noch mal ins Dojo für die nächste Lektion. Defense lesson, halt, äh, die Defensive. Und hier lernen wir, wie wir blocken können. Okay, nochmal kurz weiterlesen. Okay, also mit blocken können wir halt einen Angriff vom Gegner komplett verhindern, beim erfolgreichen Blocken. Aber wenn wir keinen Key mehr haben, das ist anscheinend die Leiste unten links, äh, schlägt das Blocken fehl und sein Angriff kommt trotzdem durch. Ich starte jetzt mal die Lektion. Okay, wir müssen zehnmal blocken jetzt. Oh, nicht angreifen, blocken. Eins. Ja, komm, schlag. Oh, da hat er mich einmal getroffen, okay. Okay, ähm. Viermal noch, komm, greif an, los, los, los. Verdammt, ich wollte nicht ausweichen. Ich wollte blocken, komm. Jawohl, geschafft. Hallo, wir haben doch schon... Okay, geschafft. Wir haben locker das Doppelteck geblockt, würde ich sagen. So, jetzt kommen wir schon angreifen und blocken. Was fehlt denn noch? Mal gucken. Parry-Lesson, also parieren. So, parieren mit, äh, Viereck. Halt parieren, ja, werdet ihr gleich sehen, was das heißt. Zum Beispiel, den Angriff macht halt einfach, äh, umschubsen oder so. Zeige ich euch jetzt mal. Fünfmal, fünfmal, parieren ist ein bisschen schwieriger. Komm. Das war parieren. Wenn man falsch pariert, ist man natürlich im Moment gestunnt. Deswegen setze ich das nur mit Bedacht ein, wenn es wirklich klappt. Wahrscheinlich beim echten Kampf, äh, setze ich das eher nicht ein. Ja, komm, parier doch schon. Der ist nochmal am leichtsten zu parieren, so langsam Angriff, wie man vorhersehen kann. Komm. Der hier. So, einmal noch. Komm. Zack. Geschafft. So, dann geben wir abermals in Dojo für die nächste Lektion. Und zwar jetzt kommt die Prüfung. Also, ich lese mal kurz durch. Ja, jetzt müssen wir halt, bekommen wir einen Übungsgegner und wir müssen alles anwenden, was wir bisher gelernt haben gegen so einen Prüfungsgegner. Nämlich hier blocken, angreifen, parieren. Dann starten wir mal die Übung. Nur wir müssen weiter. Mach diagnose. Ich bin wohl noch Meet relation dude. Ich bin deswegen zufrieden.